So, willkommen zurück bei Oli Slotwelt. Motor einlaufen lassen. Das ist jetzt ungefähr eine Stunde vorbei. Ich zeige euch immer wieder Zwischenberichte aus dem Grund, damit ihr die Angst davor verliert. Es ist nichts weltbewegendes. Das einzige was weltbewegend dran ist, einen Motor zu machen, ist die Zeit. Und heute werde ich lang hier sitzen, weil ich einen falschen Zeitpunkt gewählt habe. Aber das ist mir egal, wir haben eh Wochenende. Also, er läuft jetzt seit einer Stunde. Wir fassen jetzt mal hin. Er ist schon nicht mal handwarm. Also macht euch keine Gedanken. Ich glaube eh erst, dass er nach drei Stunden mal warm wird, richtig. Darum A haben wir hier die Zirkulation gelassen und B können wir dann später noch, falls er zu heiß wird. Also wenn ihr hinfasst... Ne, der hat noch kaum was. Und er wird wärmer oder heißer wie handwarm, dann machen wir was mit Alufolie. Das zeige ich euch, damit er die Hitze wegzieht. Das zeige ich euch, aber im Moment läuft er ganz ruhig. Ihr hört es auch. Moment. Leider hat er sich noch nicht verändert, aber in einer Stunde kann man das nicht erwarten. Der Motor hat laut Bezeichnung 0,06 Ampere. Wenn wir Glück haben, nach allem haben wir 0,07 oder 0,08. Was bedeutet, wir haben einen stärkeren Drehmoment erzielt. So, das war's bis jetzt. Wir sehen uns wieder später. So.